hallo willkommen zu einer neuen folge von project highwise wir tun erstmal renovieren wie 2100 es ist immer noch günstiger als sonst früher aber die gebäude gehen immer noch kaputt wir haben einen anwälte einziehen weil er die regierungssachen hier regierungsbüros halt mehr anwälte haben wollen dann kriegen sie mal anwälte wenn sie noch in die etage drüber haben wollen mit anwälten kriegen sie die auch und ja wir sind bei 21 stern und sechs anwälte wollen einziehen das ist ja mal der hammer so viele wollten noch nie einziehen auf einmal so wenn jetzt sagen ihr braucht noch mehr anwälte dann kriegt die mehr anwälte die wollen mehr anwälte ok dann kriegt ihr mehr anwälte ist mir egal die kriegen mehr anwälte wenn die das ganze gebäude voll haben wollen mit anwälten ok wir haben 30 stockwerke ist kein problem aber trotzdem wenn die es haben wollen dann kriegen die das was dann habe ich unten ein lager in benutzung was gerade nicht benutzt wird aber wir können jetzt tamtam benutzen noch nicht ganz so viel noch jetzt können wir tamtam benutzen fußgängerverkehr das heißt wir könnten jetzt wenn wir genügend geld hätten ein die können wir jetzt an theoretisch einziehen lassen da jetzt alle einziehen wollen das ist ja super telefon kosmetik kann ich mir nicht leisten kann ich mir auch nicht leisten buchhandel noch nicht leisten okay aber wir haben zumindest ein laden sagt irgendwas zu laut irgendwas weiß ja nie wie sowas ist aber eigentlich von der lautstärke müsste locker gehen wir haben zwei kleine büros unter sich und über sich die leute ziehen wir wieder geld ab wieso wo kommt bitte die 1080 euro dollar her und damit ist das lager zumindest auch mal in benutzung und ich muss mal sagen das erste gebäude wo wir mal nicht den keller so weit ausgebaut haben wir haben sie mal gar im sechsten stockwerk das ist ja der wahnsinn so juli dann die kosmetik und gute wein ich kann natürlich mehr machen aber damit haben wir ein ziel von denen schon mal erfüllt und wir haben geld bekommen ja ok das heißt wir müssen wie die nächste etage bauen und direkt am besten zwei etagen wenn sie so gierig darauf sind anwälte zu haben kriegen sie anwälte leitung bauen leitung verlegen telefonleitung auch verlegen gleich haben wir kein geld mehr und du weil die mehr anwälte wollen ich muss doch hier die ganzen anderen beiden sachen bauen die bei euch was anderes verschwunden wenn das gut ist verschwinden die sachen wir brauchen noch eine zeitarbeit und konventionellen drucker dienstleister den können wir brauchen die nächste untere etage hat ja was gedauert aber wir haben immer noch nicht den kompletten keller ausgebaut wir müssen aber mal allein gucken wieder ans telefon das wird da ist gut strom strom haben noch zehn plätze frei das heißt ich baue direkt mal den nächsten strom kasten und nächsten aufzug muss auch bauen so das passt ja wohl alles ok die leitung linie ja wohl wie ich weiß ja und dann kommen hier anwälte rein die waren anwälte die kriegen jetzt anwälte und wenn das dann am schluss zu viele ist da kann ich auch nichts für die wollten die haben ja ich könnte theoretisch auch hier das machen jetzt ein bisschen komisch aus dass da oben jetzt alles kleiner wird aber ja und geld ein anwalt will einziehen das heißt müssen anwälte suchen jetzt gucken mal nach reparaturen so alles super 23 sterne haben wir warum haben wir so viele sterne auf einmal ok wir haben noch ein kein fat o ist der letzte wir haben vier anwälte wollen einziehen perfekt ich mache jetzt die etagen jetzt voller anwälte wenn denen das dann immer noch zu viel ist immer noch zu wenig ist dann baue ich noch eine etage und dann noch eine etage bis sie sagen wir haben genug anwälte ich weiß halt nur nicht diese mittleren habe ich auch noch etwas mittleres nur der arzt der ist immer noch da ob der halt ob die auch da anwälte haben bin ich mir nicht sicher aber wir haben zumindest kleine anwälte die reichen ja eigentlich müssten die eigentlich locker auch reichen deswegen bin ich immer wieder am gucken wann die genügend anwälte haben da ich heute die zeitarbeitsfirma bauen muss ansonsten reise ich die da erstmal ab und dann kommen die ja wer ist ausgezogen was ach nö wieso siehst du denn aus renovieren wieder dann kommt halt der gleiche nochmal rein oder ein anderer wer war überhaupt drin diese brunch ne ob der brunch rein auch wenn wir den flaschen hatten aber wir können sechs anwälte wieder einziehen lassen das ist sehr schön das ist eigentlich steuern dass wir so viele anwälte haben wir einziehen wollen und wir haben da auch schön ausblick 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 da die haben gerüche haben sie gar keine die haben keinen lärm da der lärm ach der lärm ist echt hier boom ende wie sieht ihr denn aus wir machen gewinnen wir machen gewinnen wir machen gewinnen und wir machen gewinnen das ist ja sehr schön und wir machen wieder auch gewinnen sechs anwälte wollen einziehen so viel platz habe ich gar nicht für euch so wenn das denen nicht reicht dann wird hier die drei alle abgerissen und dann kommen da anwälte rein ist immer noch nicht genügend anwälte was habt ihr denn ey das ist doch echt der wahnsinn und schluss habe ich so viel geld als der lokal äh was soll die denn da der kurier okay ihr wollt noch einen kurier haben den kriegt ihr natürlich ihr habt einen neuen kurier wir brauchen noch ein was war das drucker dienstleister wollten die noch haben die einen stroh muss ich auch noch legen telefon muss auch noch legen und dann war da die zeitarbeitsfirma die kann ich mir sicher auch noch leisten da wir fast 10.000 machen pro tag holen wir einen dienst mal die kostet mich 1100 die kommt da hin in den keller natürlich ja die braucht natürlich auch strom und telefon die fühlen sehr fast stark aus gerade telefon ist bei denen glaube ich sehr wichtig aber wenn die auch kabel bräuchten das wäre der hammer so wir haben fünf anwälte die einziehen wollen so und immer noch ja immer noch okay das heißt die drei fliegen raus und da kommen nur kleine anwälte rein und wirklich nur anwälte was die so fasziniert sind bei den anwälten das ist ja wahnsinn wir wollen anwälte haben nur die und keine anderen mehr okay dann lassen wir hier schon das ganze gebäude kleiner werden so die leitung liegen hoffentlich noch telefon auch jawohl und anwälte geht weiter am schluss haben wir kein telefon mehr weil wir nur anwälte einziehen lassen immer mehr wir haben jetzt hier sagen ich habe fast sechs stockwerke sieben stockwerke nur mit anwälten dann sollen sie mal sagen es kann eigentlich nicht wahr sein dass wir so viele anwälte brauchen bei dem wohl schon aber anwälte suchen wir haben geld theoretisch können wir schon ein kritik zurückzahlen 4000 auch wir können sogar beide zurückzahlen so sind wir schuldenfrei haben wir es auch schon geschafft wir können sogar renovieren oh wir brauchen noch nicht wie ich brauche immer noch einen nö ich habe da unten einen neuen braucht kein kurier mehr ich brauche nur anwälte ganz viele anwälte nichts anderes nur anwälte frau ich so noch mehr noch mehr noch mehr wer will noch mal wer hat noch nicht ach wer will noch mal wir haben wir haben noch plätze frei für anwälte und das nur für anwälte das andere zieht bei mir nicht mehr ein jetzt auch sieht nur anwälte ich weiß schon wie ich die folge nennen werde und anwälte wie lange drei so ich brauche noch jetzt noch zwei stück suchen wir die das heißt ich müsste dann auch direkt ausbauen aber wir brauchen erstmal auch ein bisschen Deko oh kein Geld mehr oh ich habe keinen Strom wieso hast du keinen Strom jetzt hast du Strom du hast Strom also Ruhe äh zack und zack also wenn die jetzt ich weiß gar nicht wie viel Anwälte ich genau habe kann ich das genau gucken gucken wir mal ähm Mietliste ähm zentral zentral ne ähm Mietübersicht Büros 203 ja schön Dienstleistungen Infrastruktur Belegschaft kann ich nicht genau gucken da steht nur wie viel aber ne leider nicht kann ich genau gucken wie es aussieht ähm ja warum bist du jetzt wütend die Miete ist zu hoch ok was sagt ihr denn jetzt die Miete ist für euch zu hoch kann ich nichts für ich habe den Preis nicht gemacht am Anfang kann ich jetzt nur für euch ein bisschen niedriger setzen der zieht einfach raus der war noch nicht mal sauer der ist direkt ausgezogen und hat ein Anwalt Anwalt immer Anwälte nur nichts anderes ich kenne nichts anderes warum bist du nicht sauer ihr zahlt weniger da 15% also nur noch wenn jetzt raus sie ist ein bisschen bescheuert bezahlt es was nichts mehr du machst immer noch aber jetzt machst du gewinnen weil du nichts mehr zahlt ähm dann kriegt er noch ein Kurier ich kann kein Kurier mal bauen ich kann kein Geld mehr toll ich kann kein Kurier mehr bauen so 11.000 ich brauche noch eine optische Sache damit wir genügend Sterne haben und das kann ich relativ weit hochsetzen hier da und zwar die Statue und nochmal 10.000 okay das heißt wir können erstmal gucken wie viel Strom wir noch haben okay okay das wird wir haben bei beiden ungefähr noch 15 jetzt muss ich mal gucken direkt mal zwei Etagen ausbauen das ist klar aber machen wir Dreck 4 das ist nicht mal ja nicht so geizig bei so viel Geld wie wir machen ist das ja auch nicht so schlimm und wenn die jetzt immer noch wollen lassen mehr einziehen von denen ich habe jetzt aber schon was gebaut unten in den Keller was sie eigentlich gar nicht brauchen was ich in dem Moment jetzt noch gar nicht brauche aber die wo ich kann ich die nicht einziehen lassen am Schluss weil ich das ganze Geld schon wieder verbraten habe aber das ist mir in dem Moment egal dem ist das zu teuer da ich kann was was wollt ihr denn dann sagen so Mythe geringer als gedacht der ist ja wohl klar wenn ich die ganze Mythe von euch erniedrige so ihr braucht echt jetzt noch mehr Anwälte ihr seid doch echt wir sind ausgezogen da unten jetzt fangen die alle auszuziehen alle seid ihr bekloppt ich muss noch Büros bauen ganz viele kleine Büros was auch gerne für euch aber das machen wir auf jeden Fall dann erst in der nächsten Folge würde mich da freuen wenn ihr dabei seid dann bis zum nächsten Mal ciao ciao